Oh, die Spelunke. Ja, nice. Garellef ist hier, Boso ist da. Ach, Not heißt der. Und da ist hier auch Goal. Zeit wird es, dass wir sie gefunden haben. Okay, Rufus. Das hier ist eine Routinesituation für Frauen, verstehe ich, wie dich. Ein Klacks? Also gar kein Grund, nervös zu werden. Du bist redegewandt, witzig, siehst blendend aus und dein Haar duftet nach Lösungsmitteln. Nur noch schnell das richtige Gesicht aufsetzen. Hier kommt es. Oh Gott, nein. Und schließlich die passende Einleitung zurechtlegen. Es ist, glaube ich, egal, was ich mache. Es geht so oder so, sowas von die Hose. Genau. Ein Klassiker. Nur noch kurz durchatmen. Und los. Oh Gott. Himmel, du schon wieder. Du gibst wohl niemals auf, was? Nein. Du musst mit zu Doc kommen. Wozu? Damit du meinen Kopf noch weiter demolieren kannst? Ja. Ich hab dir ganz schön den Kopf verdreht, nicht wahr? Oh Gott, nein. Köpfe demolieren und Köpfe verdrehen sind zwei unterschiedliche Sachen. Bei Tonis Schildkröte war es ein und dasselbe. Oh Gott. Ich bin schmutzig, mein Haar sitzt furchtbar und mein Kopf fühlt sich an, als hätte man mir eine Kreissäge durch die Schädeldecke gejagt. Ja, aber es gibt keine Beweise. Zu allem Überfluss habe ich auch noch Hunger. Also halte dich lieber fern von mir. Wenn du Hunger hast, ich hätte da noch eine Schale Erdnüsse vom letzten Schlammkuchenfest. Ich wette, diese kleine Schale beherbergt mehr Killerbakterien als ein Labor für biologische Kriegsführung. Nein, Killerbakterien sind aus. Das hier sind Grippeviren. Ruf uns natürlich, dann nehmen wir die Grippeviren natürlich mit. Du musst mitkommen. Bei der Operation ist was schiefgelaufen. Was bedeutet schiefgelaufen? Kennst du das Märchen von den drei Bären? Im Prinzip war es genauso. Nur, dass es keine Bären gab. Und, dass dein Bewusstsein bei einem neurochirurgischen Eingriff in drei Teile gespalten wurde. Was? Keine Panik. Ich bringe das wieder in Ordnung. Oh. Oh. Komm doch bitte einfach mit. Nein. Und wenn ich hier verhungern muss. Können wir das nicht abkürzen? Wir wissen doch beide, dass du mir nicht ewig widerstehen kannst. Oh Gott. Ich sagte nein. Und wenn du ein Gentleman wärst, wüsstest du, was das Wort bedeutet. Kann ich dich für ein romantisches Essen begeistern? Eine Einladung zum Essen? Ja. Wirklich? Vielleicht ist ja doch noch ein Funken Anstand unter diesem speckigen Mantel. Erst das Essen. Einen Anstand kannst du später noch auspacken. Was ist das für ein Restaurant? Ist es dort sauber? Restaurant? Ich dachte eigentlich an eine extra Portion Erdnüsse. Die sind doch umsonst, oder? Wenn man von den Arztkosten absieht, ja. Sauber. Das wäre ja auch zu schön gewesen. Vergiss es einfach. Mal einen Ruf aus. Jetzt hätten wir sie fast gehabt. Ach, tja. Brauche ich vielleicht ein anderes Restaurant? Was kann ich tun, damit du endlich mitkommst? Zuerst solltest du einmal die Bedeutung des Wortes Nein nachschlagen. Okay. Nehmen wir mal an, das hätte ich bereits getan. Was müsste ich als nächstes tun? Oh. So schlecht auf mich zu sprechen? Wie kommst du denn darauf? Du hast mich entführt, mir eine schwere Kopfverletzung zugefügt. Ich habe es anders in Erinnerung. Du leidest offenbar an Wahrnehmungsstörungen. Du meinst, in Wirklichkeit bist du gar nicht sexy? Halte dich einfach von mir fern, verstanden? Also das bleibt als einzige Möglichkeit da. Das heißt, wahrscheinlich ist es schon das, aber wir brauchen irgendwie ein Restaurant oder sowas. Warte hier. Ich bin gleich zurück. Ist das ein Versprechen? Natürlich. Gut. Das erhöht die Chance, dass du weg bleibst. Eine klasse Frau. Ach, du bist ein Idiot. Hallo Bozo, alter Pirat. Das hatten wir doch schon, Rufus. Ich bin kein Pirat. Ich bin lediglich ein Schrotthändler mit einem eigenen Kutter. Genau. Und den Papagei hast du nur zufällig auf der Schulter. Ich habe keinen Papagei, Rufus. Und ich hatte auch nie einen. Ach ja? Und wen habe ich dann mit Regenwürmern gefüttert, als du geschlafen hast? Du bist schon ein seltsamer Vogel. Ein Adler. Sag mal, Rufus. Wolltest du eigentlich über was Bestimmtes sprechen? Bestimmt. Worauf wartest du da noch? Auf die Multiple-Choice-Box. Moment mal. Würmer? Psst, da kommt sie. Ey. Irgendwas ist bei der Operation schiefgelaufen. Meinst du? Für mich sieht sie ganz fit aus. Körperlich ist bei ihr auch alles bestens. So. Boom, tschakka, tschakka, boom, yeah. Aber ihr Oberstübchen ist mehr so. Verschiehst du? Gewisse Leute hier haben Probleme mit ihrem Oberstübchen. Das verstehe ich. Ja. Ihr Bewusstsein wurde in drei Teile gespalten. Jetzt muss ich jede einzelne von den dreien überzeugen, für einen weiteren Eingriff zurück ins Labor zu kommen. Deine Freundin gibt es jetzt dreimal? Hahaha. Übernimm dich mal nicht. Eine Frau zu handeln ist ja schon schwer genug, aber gleich drei? Ich schaff das schon. Äh, genau. Okay, warte mal. Wir müssen doch jetzt einfach mal... Bis später. Verlauf dich nicht. Können wir nicht einfach die Dinge mal damit auf Goal zielen und abdrücken? Ich muss zuerst eine Datasette einlegen. Ach, okay. Was haben wir denn hier? Die Datasette passt schon mal. Jetzt muss nur die Fernbedienung noch funktionieren. Dank meines Charmes wird der Rest dann ein Kinderspiel. Oh Gott, das geht so in die Hose. Ich sag's dir. Wir nehmen das Grüne. Hä? Was zum... Wo bin ich hier? Weißt du das nicht? So viel hast du doch noch gar nicht getrunken. Das hier ist immer noch Gulli was Gulli. Die dunkelste Spelunke auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Schwimmender Schwarzmarkt? Doch nicht etwa auf Deponia. Wo denn sonst? Rufus. Ich drehe ihm den Hals um. Alles in Ordnung? Gib mir einfach etwas von deinem stärksten Stoff. Wenn ich schon mal hier bin, kann ich mir auch genauso gut die Birne zuballern. Einmal rostroter Hirntod. Kommt sofort. Die knallt sich ja voll weg. Hallo. Du, was willst du? Wunderst du dich gar nicht, wie du hierher gekommen bist? Nicht wirklich. Du bist in der Nähe. Das reicht als Erklärung. Tja. Ich bin immer für eine Überraschung gut. Du bist quasi das menschliche Äquivalent einer spontanen Selbstentzündung. Ja, das ist sehr gut formuliert. Dankt. Das kam zu nett drüber. Du musst mit zu Doc kommen. Ich muss gar nichts. Aber es geht um deine Gesundheit. Keine Sorge. Mir geht es hervorragend. Aber wenn du nicht mitkommst? Was dann? Bekomme ich blaue Flecken? Wird meine Schulter ausgerenkt? Bekomme ich Nasenbluten? Das vielleicht nicht, aber... Du aber, wenn du mich noch weiter so nervst. Nerv, nerv, nerv. Ich kenne mich auch. Ähm, Rufus. Was? Ein kleiner Tipp unter Freunden. Provoziere niemals eine temperamentvolle Frau. Glaub mir, ich kannte damals eine Frau, die... Halt du dich da raus. Ach, mach doch, was ihr wollt. Wo waren wir? Ich glaube, ich wollte dir gerade den Barhocker über die Rübe schlagen. Ach ja, prima. Dann weiter. Hey, keinen Ärger in meiner Bar. Verstanden? No. Ach ja, ach ja. Wir müssen den Organon davon abhalten, Deponia zu sprengen. Keine Angst. Um den Organon kümmere ich mich schon noch. Ach ja? Und wie willst du das bitte anstellen? Ich trete ihn einfach in den Arsch, wenn sie mir in die Quere kommen. Verdammt. Warum bin ich nicht darauf gekommen? Ah, das ist geil. Die Säute sind lustig. Du musst mitkommen. Bei der Operation ist was schiefgelaufen. Na und? Bei deiner Geburt auch? Ja, das stimmt. Jetzt hör doch mal zu. Dein Implantat wurde beschädigt als... Na, schon langweilig. Bitte, Goal. Du musst mitkommen. Zwing mich doch. Wäre mal gespannt, wie du das anstellen willst, so ganz ohne Arme. Ich hab sehr wohl Arme. Ach, das sind Arme? Ich dachte, du hättest dich mit Spaghetti bekleckert. Präg sie dir gut ein. Du wirst sie nämlich kaum sehen können, wenn ich dir gleich den Hintern versohle. Ähm, Rufus. Ich glaube, das ist keine so gute Idee. Ha, wenn ich jedes Mal einen Slotty bekäme, wenn ich diesen Satz höre. Dann könnte ich mir vielleicht endlich diese Kniescheibenprothese leisten, die ich angeblich so dringend brauche. Ich meine ich ja nur, man muss vorsichtig sein bei temperamentvollen Frauen. Oder die Stahlplatte für den Schädelbasisbruch. Hörst du mir überhaupt zu? Oder diese Trommelfelltransplantation. Na, ich geb's auf. Oh, Mann, oh, Mann. Hey, Baby. Soll das eine Anmache werden? Gib dir keine Mühe, Schlaffi. Hatte ich auch nicht vor. Ich wickel dich doch im Schlaf um den Finger. Wenn du nicht aufpasst, wickel ich dir bald was im Schlaf um die Luftröhre. Siehst du? Ich hab noch nicht mal angefangen und schon hast du gemeinsame Bettfantasien. Oh. Dein Mund sagt nein, aber deine Augen sagen ja. Willst du auch noch hören, was meine Faust sagt? Ja. Vielleicht erst mal nicht. Das ist so geil. Du bist echt ziemlich lässig. Wir passen zusammen. Träum weiter, Schlaffi. Schau mir in die Augen, Kleines. Wer ist hier klein, du Zwerg? Ach ja? Wen nennst du hier Zwerg? Du Lulatsch. Ach ja? Wen nennst du hier Lulatsch, du Ratte? Ach ja? Wen nennst du hier Ratte, du? Hey, keinen Ärger in meiner Bar. Verstanden? Hat es eigentlich wehgetan, als du vom Himmel gefallen bist? Ja, verdammt. Ach ja, wahrscheinlich schon, ne? Was macht eine Frau wie du an einem Ort wie diesem? Im Augenblick kämpfe ich dagegen an, einzuschlafen, so müde wie deine Sprüche sind. Ja. Sag Bescheid, wenn ich dich ins Bett bringen soll. Oh Gott. Und wieder eine Niete. Versuch deinen Macho-Mist bei jemand anderem. Würde dich das eifersüchtig machen? Abgang, jetzt. Du wirst schon noch weich werden. So weich wie deine Birne oder eher wie deine Arme? Wie beides zusammen, Baby. Das ist geil. Oh Mann. Komm doch bitte einfach mit. Nö. Aber... Nö. Sturheit, dein Name sei Weib. Tja, ich hab dir ja gesagt, dass das so nicht geht. Wenn du meinen Rat hören willst. Nö. Aber... Nö. Was auch immer. Warte hier. Keine Droh... Ich würde ihn schon mal um Rat fragen. Hallo, Broso. Der kennt sich aus. Ah, Rufus. Was liegt an? Der weiß. Was wolltest du vorhin sagen? Ging es um ein ganz spezielles Enter-Manöver? Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Mal wieder. Ach, mach mir doch nichts vor. Ihr Piraten seid doch alle gleich. In jedem Hafen eine. Und ständig auf der Suche nach neuen Häfen. Nicht wahr? In keinster Weise. Obwohl. Ha. Wusste ich's doch. Meine Bambina wohnt hier auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Ich glaube aber nicht, dass das wirklich zählt. Wir waren nur zwei Tage zusammen und... Und sie hat dich abblitzen lassen. Und sie hat mir die ganze Zeit eine Pistole an den Kopf gehalten. Ah, das ist die junge Dame von vorhin. Oh, Mann. Das ist Lady Goal. Krawall Goal. Die ist gut. Ich glaube, Krawall Goal steht auf mich. Krawall Goal? Ja. Weil sie echt was drauf hat, verstehst du? Scheinbar ist ihr ganzes Temperament auf einer Datasette gelandet. Oh je. Dann sei lieber vorsichtig. Glaub mir. Ich kenne die Sorte Frau. Wenn man weiß, wie man mit ihnen umgehen muss, können sie ganz zahm und verspielt sein. Aber eine falsche Bewegung. Ein falsches Wort. Und sie fahren ihre Krallen aus. Ich muss ihr jetzt aber keinen Kratzbaum kaufen, oder? Das einzige, was hilft, sind die richtigen Worte. Bei meiner Bambina war es genau so. Ich musste nur den einen, entscheidenden Satz sagen und zack, schon wurde aus dem Tiger ein zahmes Hauskätzchen. Warum seid ihr dann nicht mehr zusammen? Naja, ich wurde heiser und sie kam schneller an den Waffenschrank als ich zur Tür. Wie lauten denn diese mysteriösen Worte, mit denen man temperamentvolle Frauen bändigen kann? Vergiss es, Rufus. Diese Worte haben schon genug Schmerz verursacht. Aber mittlerweile muss die Wunde in deinem Herzen doch wieder verheilt sein. Es geht hier nicht nur um ein Herz, Rufus, sondern auch um ein Schultergelenk, ein Bein und den linken Lungenflügel. Erzähl mir mehr von deiner Bambina. Tja, sie ist die temperamentvollste Frau, die ich kenne. Ihr gehört der Waffenladen in Klein-Venedig. Ein echtes Mordsweib. Auch wenn sie nie verurteilt wurde. Es ist schon eine Weile her, da habe ich mein Herz an sie verloren. Gott sei Dank hatte Doc noch ein Spenderherz auf Lager. Ich finde, du solltest deiner Bambina mal einen Besuch abstatten. Was? Nein, vergiss es. Ach komm schon. Sie klingt echt scharf. Könnte dir die Kehle aufschneiden. Und würde. Bist du jetzt ein Pirat oder so ein Pirot? Zum hundertsten Mal. Ich bin kein Pirat. Und ich habe auch kein Interesse, mich andauernd von dir in irgendwelche Abenteuer verstricken zu lassen. Ich mochte mein Leben, wie es war, bevor wir uns getroffen haben. Ruhe. Frieden. Gemächlichkeit. Kaperfahrten, Seeschlachten, Meutereien, Ermordung der Erstgeborenen. Sonntags Nachmittag Spaziergänge, Gartenausstellungen. Brandschatzen, Kiel holen, Schatz suchen, Kreuzigungen. Na verdammt, Ufus. Nicht jeder mag Konflikte. Und ich schon gar nicht. Magst du doch. Nein, mag ich nicht. Magst du doch. Nein und nochmals nein. Doch, doch. Doch, 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 doch. Im Gegenteil. Ich scheue Konflikte. Ich... Okay. Ich gebe auf. Pah. Wusste ich's doch. Du stehst immer noch auf sie, nicht wahr? Ich werde mal bei ihr vorbeischauen. Triff mich in Klein-Venedig vor dem Waffenladen, okay? Ich werde seelischen Beistand brauchen. Und medizinischen. Ja, schau. Klar, du alter Hauding. Oh Gott.